Hallo Friends, heute gibt es von mir einen Notino Haul. Den hat es ja schon mal gegeben und ich habe jetzt nochmal bestellt und wollte euch die Kohlenprodukte nicht vorenthalten. Also wen interessiert, was ich in diesem fetten Paket habe, der bleibt gerne dran. Also ich sage es gleich mal vorab, ich habe viele Lippenstifte gekauft, viele Paletten gekauft, also ja, da ist auf jeden Fall für die Beautyfreaks etwas dabei. Und ich starte direkt mal ganz kurz mit meinen Duftbäumen fürs Auto und zwar habe ich die von Yankee Candle gekauft. Die gibt es nämlich bei Notino und die gibt es sonst meines Wissens nach nirgends, außer vielleicht auf Amazon. Da habe ich zweimal Black Coconut gekauft, zweimal Pink Sand, den Duft, einmal Shea Butter und einmal Black Cherry. Das heißt, ich habe sechs Duftbäumen gekauft, die kosten jeweils drei Euro und da komme ich lang damit aus und ich werde meiner Schwester... Also Chrissy, wenn du das siehst, du kannst dir den Cherry oder den Shea Butter aussuchen, gibst mir halt noch Bescheid. Und die anderen sind für mich. Dann mache ich auch direkt weiter mit Paletten und zwar habe ich mir da Lidschattenpaletten von Makeup Obsession gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr diese Marke vorher schon kanntet. Ich kannte die vorher schon, denn ich habe die auf der Glow... Also die hatten auf der Glow einen Stand letztes Jahr und ich habe mir da zweimal die Be Obsessed With Palette gekauft und die sieht so aus. Also die Verpackung ist so silber und auch das Innere von der Palette ist silber. Die habe ich zweimal gekauft und da sieht man hinten schon so ein bisschen die Farben und die Palette sieht ganz genau aus wie die Hülle. Und wenn man die öffnet... Also die hat auch einen Spiegel und das sind die wunderschönen Farben. Ich musste die haben, die ist einfach so toll und am besten gefällt mir dieser Ton hier und dieser. Also so in Kombi und das sind einfach solche wunderschönen Töne und ich zeige später auch noch einen Lippenstift, der da sehr gut dazu passt. Und ich muss das mal ausprobieren, da können wir ja mal einen Look damit schminken. Wenn euch das interessiert, dann stimmt gerne hier oben ab. Und als nächstes habe ich noch die Be In Love With Palette gekauft. Und zwar sieht die Verpackung wieder genauso aus wie die Palette selbst. Und die hat so schöne Nude-Braun-Töne drinnen. Und wenn man die aufmacht, sieht sie so aus. Hat auch wieder einen Spiegel. Auch so richtig schöne Brauntöne. Dann habe ich auch noch von Make-Up Obsession, weil ich die Marke einfach wirklich cool fand auf der Flo. Und jetzt wollte ich einfach nochmal diese andere Palette testen. Das ist die Warm Up und die hat so schöne Rottöne drinnen. Als hätten wir nicht alle schon so viele. Aber ja, ich finde sie toll. Ich will sie probieren und ganz ehrlich, Leute, die Produkte sind nicht teuer. Und dann habe ich noch dazu genommen von Make-Up Obsession das Pure Bake Baking Powder. Das sieht so aus. Das hat... Ah, es ist cruelty-free and vegan. Ganz wichtig, auch vegan. Weil, ja, ich habe mich immer gefragt, was das dann genau heißt. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Stoff Karamin kennt. Das sind zerquetschte Läuse. Real talk. Und in manchen Rottönen ist dieses Karamin drinnen. Und ich wollte mir ja von Hattie die Palette kaufen, weil ich die so cool fand. Also eigentlich beide, die Day und die Holy Palette. Und dann hat Jolina Menon, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ein Video darüber gemacht und hat auch erwähnt, dass ein Inhaltsstoff Karamin ist. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Und das finde ich schon ziemlich, ja, grauslich, wenn da zerquetschte Läuse irgendwie in einem Lidschatten sind. Und anscheinend ist dieser Stoff nicht nur in Lidschatten, sondern auch in Lippenstiften, in Essen auch teilweise drinnen. Okay. Ja, also jeder wie er will, gell? Aber für mich ist das jetzt nichts. Und für 55 Euro plus Versand, also 10 Euro Versand wäre es nach Österreich. Muss ich sagen, finde ich das schon ein bisschen krass, wenn die dann nicht vegan ist, sondern nur tierversuchsfrei. Weil ich meine, auch wenn es nur Läuse sind, es sind ja Tiere, die da zerquetscht werden. Oh mein Gott. Mein Wort dazu. Auf jeden Fall, das ist das Banana Powder von Makeup Obsession. Finde ich cool, dass die cruelty-free und vegan sind. Und ja, wie viele sind, also 8 Gramm sind da drinnen. Da bin ich auch gespannt drauf. Und natürlich habe ich mir jetzt endlich von Essence die Savadi Bangkok Palette gekauft. Und das sind die wunderschönen Töne. Und ich muss echt sagen, ich bin so verliebt in die. Die hat so einen richtig schönen, krassen Rotton drinnen. Und auch die Goldtöne sind sehr, sehr schön. Und auf die bin ich gespannt. Mit der schminke ich definitiv demnächst mal einen Look. Ich werde jetzt sowieso demnächst ein paar Videos vordrehen müssen, denn ich bin im März, April mal nicht da. Nein. Und da werde ich euch einige Videos vordrehen. Und da bekommt ihr definitiv wieder Schminkvideos von mir. Das wünscht ihr euch ja immer. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr euch für Videos wünscht. Ich würde dann gern ein paar Looks, ein paar Ideen abdrehen, wie Q&A oder was euch so interessiert, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. So Leute, dann habe ich von Brush Art einen Pinsel dazu bekommen. Und das ist wirklich so ein richtig cooler Make-up Brush. Ein großer. Und der ist so rosa. Also rosa ist jetzt nicht so meins. Der glitzert auch so ein bisschen. So, und jetzt geht es weiter mit Lippenstiften. Und Leute, da habe ich einige gekauft. Werde war auch so irgendeine Aktion mit Katis Versand, ab 25 Euro Lippenstift. Diese sechs Lippenstifte habe ich gekauft. Und ich zeige sie euch jetzt mal. Und zwar habe ich drei von NYX. Zwei, die ich schon kenne, die Lingerie Lippenstifte, also die Liquid Lipsticks. Die sind auch cruelty free, steht drauf. Und da habe ich einmal die Farbe 05 Beauty Mark und 10 Teddy. Das sind so Brauntöne. Die habe ich auch schon, aber ich benutze die wirklich oft von NYX, die Liquid Lipsticks. Und deshalb habe ich mir die jetzt nachgekauft. Die waren auch um 1 Euro günstiger als normal. Und dann habe ich noch von NYX den Epic Ink. Das kann man jetzt nicht so gut lesen. Aber, weil es so komische Folie drum hat. Das ist ein Lip Dye. Und die Freundin von meiner Schwester, die Nico, die hat schon gemeint, dass dieser Lip Dye richtig gut sein soll. Und deswegen bin ich ziemlich gespannt drauf. Übrigens ein paar von den Lippenstiften werden wir jetzt auch nochmal kurz testen. Oder zwei so geteilt. Das ist die Farbe Eilt 08. Und ich versuche, hier alles unten zu verlinken. Und dann habe ich mir noch von L'Oreal den Ultramatt Liquid Lipstick Les Chocles. Okay, ich würde sagen dazu Les Chocles. Aber meine Schwester hat irgendwie gesagt, da spricht man Le Chocolat. Keine Ahnung. Und das ist die Farbe. 852 Box of Chocolates. Richtig schöne Farbe. Und das ist so ein dunkelroter Ton bis braun hin. Und den werden wir vielleicht auch jetzt nochmal kurz testen. Und dann habe ich zweimal von Maybelline den Superstay Matte Ink gekauft. Da habe ich so lange überlegt, Leute, ob ich mir den holen soll. Weil der kostet einfach beim BIPA oder beim DM glaube ich über 10 Euro. Und ich muss echt sagen, für einen Lippenstift über 10 Euro. Weil ich bin mit der NYX Qualität schon so zufrieden. Und die kosten halt um die 8, 9 Euro. Also über 10 Euro für einen Lippenstift ist schon ziemlich ein guter Preis. Aber, ja, ich wollte ihn unbedingt haben. Und auch die Farbe, also die hat mir besonders gut gefallen. Das ist die 65 Seductress. Und ich würde sagen, wir testen jetzt den Superstay Matte Ink und den Le Chocolat von L'Oreal. Und ihr wisst ja, ich habe nicht viele L'Oreal-Produkte. Eigentlich nur Haarprodukte. Bei der Schminke habe ich, glaube ich, kein einziges L'Oreal-Produkt. Aber ich wollte einfach das mal testen. Keine Ahnung. Ich bin nicht so der L'Oreal-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt tragen wir den mal auf. Das ist jetzt der Seductress. Und ich trage jetzt den einen unten auf und einen anderen oben, damit wir einen Vergleich sehen. Und ich habe mir nämlich bei... Ah, jetzt darf ich nicht reden. Ich habe mir bei die M noch diesen neuen, den Essence Liquid Lipstick gekauft, den Stay 8 Hours Matte Liquid Lipstick in der Farbe 04 Mad About You. Und den werde ich jetzt oben testen. Der kostet nämlich nur 3 Euro. Und ja, bin ich echt gespannt, wie der so hält. Und dann trage ich den mal auf. Es wird jetzt eine komplett andere Farbe. Aber ist ja egal. Ich merke gerade, es war nicht die beste Entscheidung, zwei Farben zu nehmen. Jetzt muss ich warten, bis es antrocknet. Aber ja, schauen wir mal. Nein, doch! Und jetzt werden wir dann gleich mal schauen, wie die getrocknet aussehen und ob die schön matt werden. Und inzwischen, bis die getrocknet sind, zeige ich euch noch von Balea ein neues Produkt, was ich von dm noch gekauft habe. Ich war nämlich tatsächlich im dm und habe nur zwei Sachen gekauft. Unter anderem diesen neuen Liquid Lipstick, weil den wollte ich unbedingt. Und dann habe ich mir noch dieses Set mitgenommen. Und zwar ist es so ein Honey Set mit Hand Peeling, Lippen Peeling und Body Peeling. Und da bin ich so gespannt drauf, weil von Balea die Peelings mag ich ja ganz gerne. Also die Dusch Peelings. Und deswegen bin ich da gespannt. So Leute, und jetzt zeige ich euch das Endergebnis. So Leute, und jetzt seht ihr das Endergebnis. Und zwar habe ich hier unten den Seductress und hier oben den 04 Mad About It oben. Und ich habe sie auch nur aufgetragen und nicht so gemacht, dass sie sich nicht vermischen. Also obwohl ich sie nicht vermischt habe, sehen die Farben irgendwie trotzdem ganz cool aus. Keine Ahnung. Der oben ist auch schön angetrocknet. Der macht aber so ein bisschen Lippenfältchen und ich habe eigentlich keine Lippenfältchen. Also dass sie so hervorschauen. Und der unten ist wirklich sehr, sehr schön deckend und das soll ja auch so lang halten. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich schreibe euch dann rein, wie sie ungefähr bei mir gehalten haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn euch solche kurzen Live-Tests auch gefallen, wo ich einfach nur schnell ein, zwei Produkte so ausprobiere, damit ihr eine Review bekommt von mir, dann schreibt es mir gerne unten rein. Und wie gesagt, eure Ideen, denn ich werde ein paar Videos vordrehen. Ihr könnt auch irgendwelche Video-Wünsche raushauen, die ich auf meinem Kanal vielleicht noch nie gemacht habe. Ich bin da sehr offen für eure Vorschläge. Und übrigens, die Blumen da hinten, die habe ich zum Valentinstag geschenkt bekommen. Und ich wollte sie nochmal mit ins Video nehmen, weil ich habe sie jetzt schon eine Woche zu Hause und die werden leider schön langsam nicht mehr so schön. Also die roten sind schon weg, die habe ich schon weggetan. aber ich dachte mir, so einen schönen Blumenstrauß, den kann ich doch mal mitnehmen ins Video und der riecht so gut. So Leute, dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Hab so einen komischen Zopf, Sonntags-Style. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch eine wunderschöne restliche Woche, denn das Video kommt ja hier Mittwoch online. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und sage Tschüss.